knapper 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 hallo liebe ramba zamba fans wir haben einen richtig geilen monster knabber deal ja mitgebracht organisiert und schaut mal bitte was ich da mitgebracht habe das ist jetzt wirklich der hammer also wer jetzt nicht bestellt schaut euch mal an was ich da mitgebracht habe 450 gramm die jumbo tüte haben wir nicht nur einmal die haben wir zweimal so popcorn ja mit white cheddar käse jeweils 80 gramm zwiebelringe 100 gramm 100 gramm 1 2 3 4 5 6 7 mal 7 mal jetzt da stehe ich total 200 gramm im beutel drin haben wir fünf mal fünf mal das ist das wirklich von der füllung her manchmal so weit im supermarkt und das schon viele und dann geht es noch weiter unsere hallon kugeln ja american style ja mit karamell haben wir zweimal dann haben wir die hallon kugeln american style ja banana chocolate chip auch zweimal so dann lind folglich minus 30 prozent zucker ja haben wir 1 2 3 4 5 6 mal so eine tafel kostet draußen schaut mal normal dann haben wir zweimal mit minz geschmack ja 100 gramm taft schokolade 1 2 das mit minze und das ist mit cappuccino ja haben wir 1 2 und dann zweimal tiramise so kommt da mit rein wahnsinn ist das das ist ein bomben monster knabber deal ja der ganze fest die kostet draußen wir haben also geguckt und kalkuliert so um die 40 40 euro ja wir machen hier einen richtig bombenpreis bombenpreis 14 14 ja jetzt wird das ja also wenn er jetzt nicht bestellt ja überall klicken ganz ganz schnell ja und wir verschicken habt eine schöne zeit viel spaß beim knarren ja Vielen Dank.